und halli halli und willkommen zurück meine freunde nachdem wir ja durch einen komischen fehler im system leider gestorben sind versuchen wir uns heute ein weiteres mal darin dieses mal aber das level zu schaffen und die bösen bösen monster platz zu machen wo schon sagen trotzdem dass es auf normal steht das heißt leicht aber auch nicht unbedingt schwer wo sind wir denn jetzt hier lebensenergie ok maus zeigt keine fehlerbewegung an die fresse dort drüben ist direkt im stand aufs maul bauen durch doch gesagt ich hab nicht mehr als soviel hier so können aber hier rüber wo kommst du denn her kippen kippen wir kippen so schnell kann es gehen wenig munition sollten wir dann dies eventuell ändern bisschen viele gucken dass wir irgendwo position her bekommt vielleicht von da drüben das mal hier bekommen sowas geht hier ob eine figur kippen 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 D Jared Koppel derallen Kruft live kommen hier doch irgendwie dran und so eventuell glitschen oder so der Klapp ach haltet doch die Fresse bleib hier oh gut 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 die sind das gut gut das wir aber erst was hier drinnen liegt und sagte mir er erkunden lohnt sich also erkunden wir das hat umgebracht das nicht mehr gut gefallen aber das ging es aber die ist jetzt voll also wieder hier hoch geht etwas auf also jetzt bis das hier passiert und das Leroy ist geschafft Okay. Kenne deinen Feind. Fresse! 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 So waren ehrlich fest, vor allem jetzt, da dies deine letzten Momente auf dieser Welt sind. All die Gerüchte, die Menschenopfer, das Höllenportal, die Dämonen, das ist alles wahr. Meine Schwestern und Brüder, ihr dürft dankbar sein, ihr werdet die Ersten sein. Ihr werdet einen Sekt an ihrer Seite haben, genau wie ich einen haben werde. Aber wir werden Teil einer neuen Welt sein, die sie für uns erschaffen. Und das jetzt. Die alte ist doch irre. Ich glaube an Ehrlichkeit. Vor allem jetzt, da dies deine letzten Momente auf dieser Welt sind. All die Gerüchte, die Menschenopfer, das Höllenportal, die Dämonen, das ist alles wahr. Meine Schwestern und Brüder, ihr dürft dankbar sein, ihr werdet die Ersten sein. Ihr werdet einen Sekt an ihrer Seite haben, genau wie ich einen haben werde. Wir werden Teil einer neuen Welt sein, die siebte und das ist alles wahr. Und das habe ich auch mal hier aufs Maul. Ich glaube an Ehrlichkeit. Noch nicht nochmal kann die alte Ecke jetzt die Fresse halten. St nur schon gehört meine Schwestern und Brüder ihr dürft dankbar sein ihr werdet die ersten ihr werdet an den Sitz an ihrer Seite haben genau wie ich ein wir werden Teil einer neuen Welt sein die sie für uns erschaffen und das ich glaube an Ehrlichkeit vor allem jetzt da dies deine letzten Momente auf dieser Welt sind all die Gerüchte die Menschenopfer das Höllenportal die Dämonen ganz verstanden meine Schwestern und Brüder ihr dürft dankbar sein ihr werdet die Ersten sein genau wie ich ein wir werden Teil einer neuen Welt sein die Dämonen präsent gefährlich hoch Achtung sind noch abgeschlossen deine Fresse gefällt mir nicht deine auch nicht kick move nee in in your face wo 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 w wo 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 Okay. Easy. Dämonenpräsenz eliminieren. Abregelung aufgehoben. So. Da oben ist nämlich was, was ich haben will. Munition, alles damit. Neue Herausforderungen sehen. Immer mitten in die Fresse rein. Eo, eo. Nein. Schon wieder down. Noch mal versuchen kommt. Ja. 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 sehr widerlich okay einen versuch machen wir noch und die edition an gut und dafür die sind so dass ich nicht so gerade eben schon mitgenommen und jetzt eine freunde jetzt klickte euch ich bin johann komme er alle kommen die laufen schon beckte blätterte ein hast du gedacht nun der entamt dort kriegst du mich da unten hast du gedacht was willst du hier noch hat man nicht schon längst aus sortiert und Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Zugang verweifelt, fehlte Sicherheitsfreigabe erforderlich. Zugang verweifelt, fehlte Sicherheitsfreigabe erforderlich. Ich weiß, wo die gelbe Zugangskarte ist, aber... Ach, noch wird es geschadet. Ducken. Mit C. Warum wusste ich das jetzt? Oh je. Und hier nicht los. Oh, da habe ich. Zugang verweifelt, fehlte Sicherheitsfreigabe erforderlich. Das war ja auf einmal Was sind jetzt die Kürtel 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 und weiter bootkick hier ach äh was sag ich da bootkick naja von diesem punkt aus würde ich sagen beenden wir das ganze da reißte mir die eingeweihte raus hat auf jeden fall wieder mal spaß gemacht ich hoffe ihr seid auch beim nächsten mal wieder dabei ich bin euer Nubis ich bin nubis raus